Wir wissen selbstverständlich, wie schwierig sowas ist. Kennen wir auch aus der Russland-Debatte. Aber ein Blick Richtung USA und Kanada zeigt, man kann dort auch entscheidender, man kann auch deutlicher vorgehen. Die Sanktionen der Kanadier, der Amerikaner sind entschiedener, gehen weiter, sind schärfer als die Sanktionen der Europäer. Das muss sich ändern. Wir müssen das Atomabkommen aussetzen. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass die Rolle des Irans in der Region nicht konstruktiv ist. Und wir müssen noch deutlicher und entschlossener als bisher über die eklatanten Menschenrechtsverletzungen im Iran reden. Das sind die Maßnahmen, die aus meiner Sicht in dieser Situation außerordentlich wichtig sind. Sagt der FDP-Generalsekretär Bisen Jiyasarai. Ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch. Sehr gerne.